Das erste Wort, die erste Keynote hält Werner Baumann, der Vorstandsvorsitzende des Leverkusener Chemiekonzerns Bayer, der heute Abend im Stadion sein muss, weil es gilt Bayern München zu schlagen. Die Sonne scheint, der Dortmunder drückt die Daumen, aber das ist dann erst heute Abend und heute Mittag geht es darum, was ein Vorstandsvorsitzender eines Weltkonzerns wie Bayer zum Thema Innovationen denkt. Sie sind das seit zwei Jahren, lieber Herr Baumann, aber ein Bayer Urgestein, wenn ich das sagen darf, schon seit 1988 im Konzern und Sie wissen, wovon Sie reden, wenn es darum geht, wie man ein Unternehmen mit Innovationen am Leben erhält. Bitte sehr, Herr Baumann. Herr Knob, zunächst einmal vielen Dank für die nette Einleitung. Ich kann Ihnen versichern, dass wir heute Abend gebührend Rache nehmen für die 6 zu 0 Niederlage, die Dortmund in Bayern erlitten hat. Wir werden alles dafür tun, aber auch in unserem eigenen Interesse. Zunächst möchte ich mich aber ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Hacker, Professor Barna und Herr Professor Hau für die Einladung bedanken, heute am Forschungsgipfel hier bei Ihnen teilnehmen und auch sprechen zu dürfen. Ich habe heute Morgen den Morgen mit der ersten Runde der Diskussion sehr genossen und mir auch den einen oder anderen Punkt aufgeschrieben. Zum Thema Evolutionäre im Verhältnis zur radikalen Innovation und gibt es neue Möglichkeiten für Deutschland, sind mir die folgenden Punkte eingefallen. Zunächst einmal glaube ich nicht, dass wir uns tatsächlich über einen Gegensatz unterhalten. Es muss in einer Wirtschaft wie der unseren sowohl inkrementelle Innovation geben, das ständige Verbessern von Produkten am Markt, die letztendlich auch zum Nutzen der Menschen, unserer Kunden, unserer Patienten immer besser werden, aber darüber hinaus idealerweise zur Erzeugung von Wachstum und letztendlich einer prosperierenden Gesellschaft auch radikale und disruptive Innovationen. Wenn wir uns Deutschland heute ansehen und das ist bereits in der ersten Runde angeklungen, ist der überwiegende Eindruck, dass wir relativ gut, in einigen Bereichen sogar sehr gut, weil wir sehr umsetzungsstark sind, im Bereich der inkrementellen Innovation sind, dass es aber an Disruption, dem Schaffen neuer Industrien, neuer großer Unternehmen fehlt. Warum ist das eigentlich so? Ich glaube persönlich, dass es nicht daran liegt, dass uns die Ideen fehlen, die Qualität der Forschung, sondern ich glaube, dass wir ein Problem mit unserem Umfeld haben in Deutschland. Deutschland ist für mich heute in meinem Eindruck ein Land, das bewahrend ist, ein gewisses Alter hat, natürlich auch das ist bereits angeklungen, eine sehr weitgehend saturierte Gesellschaft und diese Gesellschaft ist, wen wundert es, in gewisser Weise auch risikoavers. Das war aber nicht immer so. Wenn ich in die Historie unseres Unternehmens in den letzten 155 Jahren zurückblicke, dann stelle ich mir die Frage, was ist das eigentlich gewesen, dass damals die Schaffung dieser Unternehmen, sei es Bayer, sei es die BASF höchst seinerzeit, die großen Automobilkonzerne. Wie konnten diese Unternehmen geschaffen werden in der Chemie, der Medizin, im Bereich der Mobilität? Das Erste, was mir dazu einfällt, ist sehr lange her und die sind doch alle tot. Alle, die damals diesen Pioniergeist hatten in einem Umfeld, das wir heute nicht haben, konnten Dinge in anderer Form bewegen. Wir haben Länder und Gesellschaften, in denen das heute immer noch möglich ist. Es ist auch darüber gesprochen worden, dass es offensichtlich in den USA einfacher ist, neue Ideen nicht nur zum Erfolg zu bringen in Bezug auf die Entwicklung der Idee, sondern letztendlich die Idee auch zu skalieren, um aus der Idee Produkte und Unternehmen zu machen. Kleinere Länder wie Israel zeigen ebenfalls, wie es geht. Und dann habe ich mich gefragt, ob es eigentlich heute noch möglich wäre, ein Unternehmen wie unseres neu zu schaffen. Und die Antwort wird Sie nicht überraschen. Ich glaube, es wäre heute schlichterdings nicht mehr möglich. Warum ist das so? Wir haben zu viel Bürokratie. Wir haben eine überbordende Regulierung. Jeder kennt den sprichwörtlichen Hamster, der auf einer Industrieparzelle sich eingerichtet hat und damit große Investitionsvorhaben auf lange Sicht verzögert, wenn nicht verhindert. Wir haben es mit einer risikoaversen Regulierung zu tun. Und ich vermisse auch in der Politik in einigen Bereichen die Haltung. Wenn der Leiter unseres Chemieparks in Leverkusen, einem der größten Chemieparks in Europa, bei mir im Büro sitzt und mir dann auf seinen Herrschaftsbereich hin zeigt und dann sagt, das müssen wir bewahren, dann stellen Sie sich die Frage, warum ist das eigentlich so? Es ist heute ein offener Industriepark für viele Anrainer, den wir die letzten 30, 40 Jahre entwickelt haben. Und die Antwort ist ganz einfach. Den Regulierungsstand, den wir heute haben, als einen Stand, der sozusagen in der Vergangenheit erworben wurde, können wir heute nicht wiederherstellen. Und das ist die Krux in Deutschland. Verpasste Chancen, teilweise in der roten Biotechnologie, die in ganz anderer Form als in Deutschland, unter anderem in den USA, reüssiert. Die moderne Landwirtschaft, Sie kennen das Thema, nun auch unser Thema, natürlich in den letzten zwei Jahren mit der geplanten Übernahme von Monsanto zu genmodifiziertem Saatgut in der modernen Landwirtschaft. Auch hier verpasste Themen, bei denen es nicht an der Kompetenz und unserer Innovationskraft fehlt, sondern ganz einfach an den entsprechenden Rahmenbedingungen fehlt. Wie geht es anders? Und ist das etwas, was in Deutschland immer so bleiben muss? Fehlt es in Deutschland an Geld, an dem Willen, große neue Ideen letztendlich zu finanzieren und diesen Ideen zum Durchbruch zu verhelfen? Ich glaube nicht. Ich gebe Ihnen aus unserem Unternehmen, weil ich es nun mal relativ gut kenne, drei, wie ich glaube, recht relevante und interessante Beispiele, die aber auch ein bezeichnendes Licht auf Deutschland werfen. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren drei Unternehmen mit Akademia und teilweise auch anderen Finanziers gegründet, die sich alle auf die Lösung großer Fragen in unserer Gesellschaft konzentrieren. Etwa die Nutzung der Geneditierungstechnologie, um Krankheiten, chronische Krankheiten, die heute nicht geheilt werden können, monogenetisch verursachte Krankheiten gegebenenfalls zu heilen. Dieses Unternehmen haben wir nicht in Deutschland aus der Taufe gehoben, sondern aufgrund des Umfeldes, dem Zugang auch zu einem entsprechenden Biotop von Forschung, Entwicklung, aber auch Finanzierung und nachher Skalierung in Boston. Wir haben ein zweites Unternehmen gegründet, das im Bereich der pluripotenten Stammzelltechnologie tätig ist. Und worum es hier geht, ist letztendlich die Entwicklung von Reparaturgewebe, um Leuten beispielsweise mit schweren Herzfehlern wieder ein normales, wirklich normales Leben zu ermöglichen. Dieses Unternehmen wurde in Kanada und in Boston gegründet und auch hier war für uns die Frage, gibt es überhaupt einen regulatorischen Pathway, um diese Produkte in Deutschland in die Zulassung, in Europa in die Zulassung zu kriegen und gegebenenfalls zu produzieren. Ein drittes Beispiel aus der Landwirtschaft, die Nutzung des Mikrobioms, um Pflanzen in ihrer eigenen Fähigkeit Stickstoff zu binden, letztendlich zu ertüchtigen. Vor allen Dingen große Kulturpflanzen wie etwa der Weizen, Soja und Mais tun das bei weitem nicht so gut wie andere Pflanzen, die das deutlich besser können. Dieses Unternehmen ist in Boston gegründet worden. Warum ist dieses Unternehmen in Boston gegründet worden, weil wir im Rahmen der existierenden Regulierung innerhalb Europas auf die nächsten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre kaum eine Möglichkeit sehen, diese Innovation, wenn sie denn erfolgreich sein wird und signifikant den Düngereinsatz reduzieren kann, in Europa inregulierte Produkte zu bekommen. Nun, was heißt das und was sind die wesentlichen Dinge, die ich heute Morgen auch anhand dieser Beispiele für mich mitgenommen habe. Ich muss sagen, dass ich eigentlich nur das wiederholen kann, was Professor Hacker bereits erwähnt hat. Wir brauchen Offenheit für neue Ideen und gesellschaftliche Akzeptanz auch für neue Technologien und dazu bedarf es auch einer Risikoakzeptanz, wenn Regulierung ausschließlich darauf ausgerichtet ist, Gefahren zu vermeiden, aber gleichzeitig nicht auch ein Auge darauf hat, welche Chancen wir gegebenenfalls verpassen, wenn wir mit Risiko und das ist inhärent in Innovation umgehen, dann werden wir unseren Standort langfristig wettbewerbsfähig kaum entwickeln können. Mir fehlt auch etwas, was Sie erwähnt haben, Herr Professor Hacker, Mut gegen Widerstände und das Eintreten für die Dinge, die wir für richtig halten. Das ist ein Thema, bei dem ganz ehrlich gesagt auch wir in der Wirtschaft nicht immer in erster Reihe stehen, aber es ist auch ein Thema in der Wissenschaft und vor allen Dingen auch in der Politik. Der breite Diskurs, so wie heute zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik muss wirklich wesentlich stärker intensiviert werden, um die für Innovation notwendige Akzeptanz und auch ein anderes Verhältnis zu Risiko zu entwickeln. Ganz konkret heißt das, wir brauchen neben dem in der Gesetzgebung auch auf europäischer Ebene, auch in Deutschland dominierenden Risikoprinzip, ein Innovationsprinzip, das bei der Gesetzesfolgenabschätzung auch die Chancen mit betrachtet. Eine breite steuerliche Forschungsförderung ist wünschenswert, aber meiner Meinung nach nicht alles entscheidend. Hier geht es im Wesentlichen darum, den Standort Deutschland im Verhältnis zu unseren Wettbewerbern ebenfalls auf das gleiche Niveau zu bringen und dann idealerweise für alle und nicht nur für kleine und mittlere Unternehmen. Ein ausreichender Schutz des geistigen Eigentums, heute Morgen ist angesprochen worden, dass auch der Zugang zu Kapital, um die Idee letztendlich skalieren zu können, eine wesentliche Voraussetzung für ein funktionierendes Innovationsumfeld, in dem neue Unternehmen entstehen und wachsen können, erforderlich ist. Deregulierung, wo sinnvoll und vertretbar und vor allen Dingen hier eine sach- und faktenbasierte Regulierung. Das ist mein letzter, allerdings ein nicht ganz unwichtiger Punkt. Schauen Sie die Diskussion um Glyphosat an und die Frage, ob Glyphosat als alter und bewährter Wirkstoff, der bei sachgerechter Anwendung sicher ist, wieder registriert werden sollte. Es war eine rein technische Diskussion, bei der eine Registrierung für sieben, vielleicht auch zwölf Jahre eigentlich angestanden hätte, wenn es eine sachorientierte Diskussion geblieben wäre. Sie ist vollkommen politisch überlagert worden. Wir haben heute, auch heute wieder in der Zeitung, zwischen Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium einen schönen Einklang, der darauf hinausläuft, diesen Wirkstoff, der gebraucht wird, der sinnvoll eingesetzt wird, am Ende zu verbieten, ohne dass es dazu eine entsprechende regulatorische Basis gibt. Innovationsunternehmen brauchen einen verlässlichen Regulierungsrahmen. In dem Moment, in dem Politik diese Regulierungsrahmenbedingungen überlagert, können Unternehmen klein wie groß keine großen Investitionen mit sehr langfristigen Risiken mehr tätigen. Und das ist der Sargnagel für eine langfristig erfolgreiche, innovationsoffene Gesellschaft. Vielen Dank. Lieber Herr Baumann, vielen Dank. Und wir erweitern das direkt hier sozusagen in unserem interaktiven Kreis durch den Extended Circle und Sie nehmen gerne wieder Platz. Weil als nächster dran ist Alexander Novroth. Der ist gar nicht hier auf der Bühne, aber kommt jetzt aus dem Publikum zu uns. Und der ist Managing Partner der Lebenswerk Consulting Group. Hallo Herr Novroth, kommen Sie zu uns auf die Bühne. Herzlich willkommen. Zwei Holzfäller sind im Wald. Beide wollen am Ende des Tages möglichst viel Holz abliefern. Der erste zieht voller mit viel Elan los und schlägt Holz ohne Pause bis zum Abend. Der zweite Holzfäller zieht auch mit viel Elan los, macht aber immer mal wieder Pausen. Am Ende des Abends hat der zweite Holzfäller den größeren Stapel Holz geschlagen. Was war das Erfolgsrezept des zweiten? Ich möchte mit Ihnen dieser Frage auf den Grund gehen. Dramatische Veränderungen, Digitalisierung, Diskruption. Wie auch immer Sie die Dinge nennen mögen, fest steht, wir leben in einer Welt, die sich technologisch und wirtschaftlich permanent wandelt. Diese Veränderung nimmt in der Geschwindigkeit exponentiell schnell zu. Und wir Menschen haben keine Erfahrung mit solch einer Entwicklung, weil wir die erste Generation sind, die damit fertig werden müssen. Werfen wir einen Blick zurück. Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine bedeutende Innovation, die Erfindung des Managements. Damals war die Wirtschaftswelt jedoch vorhersehbarer und vor allem viel langsamer. Zudem arbeiteten die meisten Menschen in Industrieländern noch auf dem Land. Unternehmer stellten sich die Frage, wie können wir eine große Anzahl von Menschen disziplinieren und in einen effizienten Arbeitsablauf eingliedern. Budgetierung, Spartenbildung, Produktmanagement, zentralistische Kontrollinstanzen und die pyramidenförmige Führungsstruktur. So funktionierte Management vor 100 Jahren und vieles ist davon noch heute in den meisten deutschen Unternehmen vorzufinden. Am Ende des 20. Jahrhunderts gab es eine zweite bedeutende Innovation. Das Internet. Eine Erfindung, die unser Leben verändert hat, jedoch auf anderen Werten beruht. Dezentraler Aufbau, Verfügbarkeit von Informationen und völliger Transparenz zu jeder Zeit an jedem Ort. Und vor allem die Möglichkeit, dass sich jeder seiner Idee Gehör verschaffen kann und andere Menschen dafür begeistern kann. Das Internet war und ist immer noch Wegbereiter für Hyperwettbewerb in vielen Branchen, die bis dato überhaupt keinen Wettbewerb zu fürchten hatten. Heute müssen Unternehmen nicht mehr nur jedes Jahr, sondern jeden Tag ihren Platz im Marktumfeld aufs Neue verdienen. Wer überleben will, muss vom Status Quo auf Status Go umschalten. Deshalb müssen Unternehmen und das Management-Modell sich an diese völlig neue Welt anpassen, dass sich die Management-Prinzipien abgenutzt haben. Oder anders gesagt, ihre Axt schärfen. Die Gefahr von Erfolg ist, diese als Konstante zu sehen und dabei zu vergessen, dass sich eine Axt mit der Zeit abnutzt, während andere diese schärfen. Innovation ist dabei nicht eine spielentscheidende Idee, sondern ein Umfeld, in dem kontinuierlich neue, radikale Ideen wachsen können. Wir Menschen sind die einzige Spezies, die Dinge aus reiner Freude erfindet. Daher sollten Unternehmen allen Mitarbeitern positive Rahmenbedingungen bieten, zu experimentieren. Keiner von uns weiß, was die Zukunft bringt. Jedoch lohnt es sich, sich mit folgenden Fragen zu beschäftigen, um schneller und anpassungsfähiger zu werden. Warum nutzen wir nicht das innovative Potenzial der gesamten Belegschaft, anstatt es auf einen Bruchteil, etwa in Innovation Labs, zu beschränken? Was wäre, wenn alle Mitarbeiter daran trainiert würden, innovativer zu denken und Innovation als Teil ihrer täglichen Arbeit, ihres täglichen Werkens zu verstehen? Was wäre, wenn sie ihre Prozesse nicht mehr vorrangig nach Effizienz beurteilen, sondern danach, wie stark diese Innovation fördern? Machen sie jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Forscher und Entwickler. Was wäre, wenn jeder ein kleines Anfangsbudget bekommt, über das er frei verfügen darf, um zu experimentieren? Am Ende des Tages sind wir alle Holzfäller im gleichen Wald. Wann und wie oft sie die Axt schärfen, bestimmen aber allein sie selbst. Danke. Lieber Herr Norbert, vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Appell an die Leidenschaft der Mitarbeiter und dieselbe zu heben und zu nutzen. Nehmen Sie eben dort gerne Platz. Die Copern DER Bis zum nächsten Mal.